Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist mal wieder Zeit für ein Real Talk Video und heute widme ich mich mal der Frage, ist mein Job wirklich so geil? Es ist wirklich so toll, im Social Media Management zu arbeiten, Content Creator zu sein oder was sind eigentlich die Schattenseiten dahinter? Heute gibt es mal wieder ein paar unbequeme Wahrheiten. Das ist der Plan. Auf geht's! So, eine neue Runde. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wieder Montag und heute gibt es mal wieder ein paar unbequeme Wahrheiten. Ich habe im letzten Jahr ja zum ersten Mal so ein unbequeme Wahrheiten Video gemacht. Verlinke ich dir gerne auch nochmal oben in der Ecke. Schau da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und da gab es extrem viel Feedback zu. Viele von euch haben sich bei mir gemeldet, weil sie sich genauso gefühlt haben und weil sie froh darüber waren, dass es hier auch solche ehrlichen Worte gab. Und deswegen dachte ich mir, wir machen nochmal so ein unbequeme Wahrheiten Video, weil es da draußen einfach auch so viele gibt, die denken, der Job im Social Media Management als Content Creator hat einfach nur tolle Seiten. Und jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, dass ich im Social Media Management sowohl strategisch als auch kreativ arbeiten kann. Ich liebe es auch, selbstständig zu sein und viele verschiedene Kunden zu haben, weil es mir persönlich einfach zu langweilig wäre, wenn ich jeden Tag in meinem Job immer das Gleiche machen würde. Und trotzdem sehe ich auch die Schattenseiten, die dieser Job hat. Und weil so viele gerne diesen Job machen wollen würden und weil so viele einfach nur die rosigen Seiten sehen, möchte ich jetzt einfach mal über unbequeme Wahrheiten sprechen und die acht Schattenseiten, die aus meiner Sicht meinen Job und der Berufsalltag im Social Media Management auch haben. Und wie immer freue ich mich über deinen Support. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst, nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Und wir legen direkt los mit der ersten unbequemen Wahrheit. Ich persönlich bin ja selbstständig und arbeite mit vielen verschiedenen Kunden zusammen. Zum einen erstelle ich Strategien mit meinen Kunden und zum anderen gebe ich auch Workshops. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, hey, wir wollen mit TikTok starten, wollen da besser werden, dann rufen die mich an und ich komme vorbei für einen Workshop. Ich erkläre denen, wie das Ganze funktioniert und wir entwickeln dann gemeinsam auch eine Strategie zum Beispiel. Und dann habe ich noch meinen ganzen Content, den ich selber bei Instagram, hier bei YouTube und auch bei TikTok veröffentliche. Und viele, die das von außen sehen, denken jetzt, dass mein Leben eigentlich nur daraus besteht, irgendwo Content zu produzieren, an tollen Orten zu sein. Ich bin nur unterwegs und ich mache nur eigentlich kreative Arbeit. Und das stimmt in der Realität nicht. In Wahrheit verbringe ich eigentlich 90 Prozent meiner Arbeit hinter meinem Laptop. Das heißt, es ist ganz, ganz viel Planungsarbeit, es ist ganz, ganz viel E-Mails schreiben, miteinander kommunizieren, Dinge erstellen, Dinge zusammenschneiden. Und klar hat das Ganze auch einen kreativen Teil. Aber wer jetzt denkt, dass der Arbeitsalltag im Social Media Management so aussieht, dass man sich nur irgendwelche Farben von Hintergründen überlegt, der liegt tatsächlich definitiv falsch. Am Ende ist ein Großteil von meinem Job, Dinge zu planen, Dinge zu organisieren, Abläufe zu planen, zu kommunizieren, E-Mails zu schreiben, mich mit Kunden auszutauschen, Kunden zu verstehen, Kunden Feedback zu geben und, und, und. Das heißt, da diejenigen, die jetzt das Bild haben von den Social Media Managern, die nur auf tollen Veranstaltungen sind, das sind tatsächlich in der Realität die wenigsten. Und damit kommen wir auch schon zur unbequemen Wahrheit Nummer zwei. Wir müssen über Social Media Burnout sprechen. Das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mich mit anderen Creatoren austausche. Denn, was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist, dass die Algorithmen auch einen riesengroßen Druck aufbauen. Wenn man jetzt bei YouTube unterwegs ist, dann sollte man mindestens ein Video die Woche veröffentlichen. Wenn man jetzt Instagram und TikTok nutzt, dann sollte man da im besten Fall täglich aktiv sein. Und das baut natürlich auch einen riesengroßen Druck auf. Und dessen muss man sich bewusst sein. Als ich zum Beispiel vor ein paar Wochen krank war, habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, ob das jetzt okay ist für den Algorithmus, wenn ich meine Woche kein Video poste. Und das kann natürlich immer mal passieren. Es gibt natürlich immer mal Gründe, warum man vielleicht kein Video postet, warum man vielleicht gerade keinen Content hat. Und gleichzeitig wird dadurch von den Plattformen ausgehend auch ein riesengroßer Druck aufgebaut. Und man will als Content Creator ja die Reichweite in den Plattformen bekommen. Gleichzeitig muss man dafür aber wirklich auch regelmäßig abliefern. Sonst kann das einfach dazu führen, dass die Reichweite einbricht. Und wenn man jetzt selbstständig ist, dann ist diese Reichweite essentiell für den Erfolg von dem eigenen Business. Und daraus entsteht natürlich auch ein gewisser Druck. Das heißt, Social Media Burnout ist tatsächlich in der Creator Economy ein riesengroßes Problem, wo die wenigsten drüber sprechen. Und dieser ganze psychische Druck dahinter. Es gibt ja auch schon viele Geschichten von bekannten Gesichtern, die es irgendwann öffentlich gemacht haben, dass es ihnen auch nicht gut damit geht, regelmäßig Content zu produzieren oder regelmäßig vor der Kamera zu sitzen. Und das sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Also all diejenigen, die sich sehr wünschen, erfolgreich im Internet zu sein, sollten sich bewusst sein, dass diejenigen, die regelmäßig Content erstellen, die regelmäßig im Internet präsent sind, dafür einen extrem hohen Arbeitsaufwand haben. Und wir kommen zur unbequemen Wahrheit Nummer drei. Und darüber sollten wir eigentlich viel öfter sprechen. Content verkauft sich über Superlativen. Das heißt, viele, die Tipps im Internet geben, suggerieren damit, dass auf die Art und Weise jeder Beitrag, jeder Post durch die Decke gehen muss. Und am Ende ist die Realität aber anders. Denn die wenigsten schaffen es, wirklich mit jedem Beitrag, mit jedem Inhalt durch die Decke zu gehen. Und auch bei mir ist es so, es ist mein Job, dass ich Unternehmen dabei helfe, die organische Reichweite zu steigern. Und Unternehmen buchen mich, weil sie ihre Content-Strategien verbessern möchten und damit am Ende mehr Menschen erreichen möchten. Und trotzdem kann ich keine Garantie dafür geben, dass es klappt. Denn am Ende bin ich, genauso wie die Unternehmen, davon abhängig, wie diese Plattformen reagieren. Und ich habe keinen Einfluss darauf, ob Instagram oder TikTok oder YouTube morgen einen eigenen Algorithmus ändert. Ich kann nur das, was ich an Erfahrungswerten aus den letzten Jahren habe, nehmen und damit Unternehmen helfen, schneller auch zu reagieren, wenn Algorithmen sich ändern. Ich habe allerdings keine Glaskugel und kann nicht voraussagen, dass wirklich jedes Posting auch durch die Decke geht. Und das kann aus meiner Sicht niemand, auch wenn viele so tun, als ob sie es könnten. Und ich sehe jetzt auch ganz, ganz häufig, dass viele frustriert sind, dass Content vielleicht nicht so gut performt oder dass es auch alles nicht so schnell geht, wie man denkt. Wenn du einen neuen Kanal irgendwo aufbaust, egal ob es Instagram, TikTok oder YouTube ist, dann ist das Geheimrezept zum Erfolg, regelmäßig wertvollen Content zu posten. Und regelmäßig heißt nicht drei Wochen lang drei Postings. Regelmäßig heißt wirklich über Jahre. Die Content-Creator, die jetzt riesengroß sind, die Millionen Menschen im Internet erreichen, die haben sich das über Jahre aufgebaut. Also, wenn du jetzt bei TikTok, bei Instagram oder auch bei YouTube unterwegs bist und frustriert bist, dass deine Postings nicht von heute auf morgen durch die Decke gehen, dann ist das ganz normal. Und ich kann dir sagen, es geht am Ende ganz, ganz vielen so. Und was jetzt diejenigen, die extrem erfolgreich sind und diejenigen, die nicht erfolgreich sind, unterscheidet, ist meistens der längere Atem. Das Durchhaltevermögen, regelmäßig guten Content mit Mehrwert zu posten und so Schritt für Schritt eine eigene Community aufzubauen. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, dass es so groß ist, dass die Anfragen mehr sind, dass das Ganze durch die Decke geht und dass damit natürlich auch, weil man schon so eine große Community hat, dass in den Plattformen noch mehr gepusht wird. Das heißt, meistens profitieren auch diejenigen, die schon groß sind, davon, dass sie groß und bekannt sind und das pusht sie wiederum noch mehr in den Plattformen und das wird auch von den Plattformen unterstützt. Also von daher, wenn du noch klein bist, dann orientier dich nicht an den ganz Großen und denjenigen, die schon durch die Decke gegangen sind, die haben meistens eine riesengroße Community hinter sich. Wenn du noch klein bist, musst du dir die erst noch aufbauen und das kostet tatsächlich Zeit. Und damit kommen wir zur unbequemen Wahrheit Nummer vier. Wenn du Content Creator sein möchtest, wenn du dir eine eigene Reichweite und eine eigene Community aufbauen möchtest und auch selber als Personal Brand mit deinem Gesicht im Internet präsent sein möchtest, dann solltest du das unbedingt wissen. Sobald du online sichtbar wirst, stellst du dich im Internet der größten Jury der Welt. Denn selbst wenn du richtig tolle Inhalte machst, es gibt immer Menschen, denen das nicht passt, beziehungsweise es gibt auch immer Menschen, die sich berufen fühlen, dir Feedback zu geben. Und all die Dinge, die sich viele persönlich nie trauen würden zu sagen, trauen sie sich aber in Social Media in Kommentaren zu schreiben. Und da finde ich persönlich, dass wir alle wirklich an uns arbeiten können und bevor wir Kommentare im Internet abschicken, sollten wir die tatsächlich nochmal lesen und hinterfragen, ob das jetzt wirklich was bringt oder ob wir es an der Stelle lieber lassen. Also vielleicht sollten wir immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen so Dinge wie ist nicht böse gemeint oder ist konstruktiv gemeint in unseren Kommentaren ergänzen, lieber überlegen, ob wir den Kommentar wirklich abschicken wollen. Und wir sollten auch immer überlegen, dass wir die Person, bei der wir kommentieren, eigentlich ja gar nicht kennen. Also ich persönlich finde, wir nehmen uns in Kommentaren, in Social Media manchmal einfach zu viel raus und sollten lieber nochmal selbst überdenken, ob das jetzt konstruktive Kritik ist oder ob das jetzt vielleicht der eigene Geschmack ist, den wir vielleicht auch besser für uns behalten. Also das sollte dir bewusst sein, wenn du als Person in Social Media sichtbar wirst, du wirst Feedback bekommen, ob du es willst oder nicht. Und wir kommen zur unbequemen Wahrheit Nummer 5. Wenn du selbstständig bist, im Social Media Management oder auch als Content Creator, dann gibt es extrem viele Faktoren, die einfach unberechenbar sind. Dazu zählen die Kunden und auch das Verhalten deiner Kunden. Kunden brauchen zum Beispiel oftmals deutlich länger, als besprochen ist. Und dann sind da auch noch die Social Media Plattformen. Es kann sein, dass du über Monate einen super guten Job gemacht hast, der sehr, sehr erfolgreiche Zahlen geliefert hat und auf einmal von heute auf morgen ändert sich was in den Plattformen, was du nicht vorhersehen konntest. Es gibt einfach extrem viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Dazu zählt auch zum Beispiel das Verbot von TikTok in den USA. Und sowas kann ja auch hier passieren und sowas kann ja auch mit jeder Plattform passieren. Also wenn du dich selbstständig machen möchtest in dem Bereich, dann solltest du dir dessen bewusst sein, dass es extrem viele unberechenbare Faktoren gibt. Und da solltest du einfach auch schnell reagieren können. Und jetzt gibt es die einen, die können da super mit umgehen, für die ist das gar kein Problem. Und es gibt wiederum andere, für die ist das gar nichts. Und deswegen finde ich persönlich es auch so wichtig, auch solche Dinge zu teilen, dass man dann für sich auch entscheiden kann, was für sich selbst der richtige Weg ist. Und wir machen direkt weiter. Diese unbequeme Wahrheit trifft alle in Social Media. Es ist egal, ob ich Social Media privat nutze oder beruflich. Am Ende kann es uns allen passieren, dass wir komplett lost in Social Media sind. Denn die ganzen Algorithmen sind so aufgebaut, dass sie dafür sorgen, dass man Social Media möglichst lange nutzt. Und egal, ob ich das jetzt beruflich oder privat nutze, es kann gut passieren, dass einem Social Media echt viel Zeit wegfrisst. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, auch wenn man in Social Media arbeitet. Nur weil das mein Job ist, heißt das noch lange nicht, dass ich damit nicht auch ganz viel Zeit vertrödeln kann. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich mir auch eigene Zeitfenster setzen und kann so dafür sorgen, dass ich nicht so viel Zeit in Social Media verliere. Und wir kommen zur nächsten unbequemen Wahrheit. Das solltest du unbedingt auf dem Schirm haben, wenn es dein Traum ist, in Social Media oder auch als Content Creator zu arbeiten. Und dabei geht es um die Technologien, um die Social Media Plattformen, um die Apps. Und die entwickeln sich rasant schnell. Das heißt, du musst bereit sein und du musst offen dafür sein, mit diesen schnellen Entwicklungen umzugehen. Auch da gibt es jetzt wieder die einen, die das total bedrückt und die auch mit dieser rasanten Geschwindigkeit nicht umgehen können. Und es gibt die anderen, die es lieben, sich immer wieder in neue Apps einzuarbeiten. Es kommen immer wieder neue Features dazu, neue Funktionen dazu, neue Apps dazu. Gerade das Thema KI öffnet gerade riesengroße neue Welten. Und dahinter stecken große Chancen, große Potenziale, aber gleichzeitig auch große Gefahren. Und das sollte man sich bewusst machen, bevor man sich entscheidet, in dem Bereich zu arbeiten und vielleicht sich in dem Bereich auch selbstständig zu machen. Und bevor wir zur letzten unbequemen Wahrheit kommen, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, damit du montags kein Video mehr verpasst. Diese unbequeme Wahrheit sollte dir bewusst sein, wenn du als Personal Brand in Social Media sichtbar werden möchtest, dort eine eigene Reichweite und auch eine eigene Community aufbauen möchtest. Und zwar geht es darum, dass ganz, ganz viele Menschen dich auf einmal kennen, die du nicht kennst. Und das kann tatsächlich auch ein ganz komisches Gefühl sein. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich sehr, sehr persönliche Nachrichten bekommen habe von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und das kann aus meiner Sicht auch daran liegen, dass man einfach diese einseitige Beziehung hat. Die eine Person bekommt das Gefühl, einen zu kennen, baut eine Art Beziehung, Bindung zu einem auf, während man selber eigentlich nichts über die andere Person weiß und sie in den meisten Fällen auch noch nie gesehen oder gehört hat. Und das ist aus meiner Sicht manchmal auch so ein bisschen ein komisches Gefühl. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man den Traum von der ganz großen Reichweite hat. Und damit freue ich mich, dass du das Video wieder bis zum Ende geschaut hast. Vielen, vielen Dank an euch alle hier in meiner Community. Ich habe das Gefühl, dass wir hier wirklich sehr, sehr wertschätzend miteinander kommunizieren und das freut mich sehr. Und damit hoffe ich, dass dir das Video ein bisschen gefallen hat. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Montag hier wiedersehen. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.